Hallo, wir sind da in der Heil-Wie-Sankt-Weid an der Klan und wir haben heute unseren Tag der offenen Tür und das haben wir zum Anlass genommen, euch einfach ein bisschen was zu erzählen. Und ich will anfangen mit den verschiedenen Zweigen, die wir haben. Wir haben drei verschiedene Angebote. Einmal das internationale Management, wo wir fünf Jahre Französisch und drei Jahre Italienisch haben. Dann die Umweltökonomie, wo wir nur fünf Jahre Italienisch haben und keine dritte lebende Fremdsprache. Und die Fachschule, die wir drei Jahre haben. Ja, ein ganz großer Teil bei uns in der Schule ist auch das Praktikum. Das ist zwischen der dritten und der vierten und das dauert drei Monate. Das kann man entweder im Ausland machen oder in Österreich, aber der Großteil von uns geht eben ins Ausland. Und da kann man überall hingehen. Man kann zum Beispiel England, Irland, Italien, Frankreich, das sind die beliebtesten. Wir haben aber auch schon gehabt, dass Leute nach Neuseeland gegangen sind. Natürlich muss man dafür 18 sein. Oder Island war zum Beispiel auch schon ein Ziel. Und dorthin wird man halt sehr gut vorbereitet. Und unsere Lehrer helfen uns auch sehr damit, dass es uns dort gut geht und dass wir einfach eine schöne Zeit haben. Und so etwas ist auch eine sehr coole Erfahrung, die man unbedingt machen soll gerne. Ich besuche die HLW St. Veit, weil ich sehr interessiert in Sprachen bin. Und das natürlich eine super Gelegenheit ist, weil man hier Französisch, Italienisch und Englisch unterrichtet wird. Und auch Englisch als Arbeitssport unterrichtet wird. Und natürlich auch das Auslandspraktikum, das uns sehr in seiner sportlichen Entwicklung weiterhilft. Also der Hauptgrund, warum ich diese Schule besuche, ist, weil ich sehr interessiert in den wirtschaftlichen Fächer bin. Wir haben da Betriebswirtschaft, Rechnungswesen und auch Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement. Und das wird mir sehr weiterhelfen, weil ich weiß jetzt schon, dass ich einen Beruf machen werde, wofür Betriebswirtschaft brauchen werde. Also und im Allgemeinen finde ich, dass das Schulklima einfach richtig super ist da an der Schule. Man kommt mit den Lehrern super klar, man kommt mit den Schülern untereinander super klar. Man versteht sich, egal ob man jetzt in der ersten oder in der fünften, man versteht sich einfach mit jedem Schüler da. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge an einer Schule, dass sich jeder mit jedem versteht, dass die Gemeinschaft einfach da ist. Und das ist auch der Hauptgrund, warum mir die Schule so gut taugt. Weil wir bekommen auch Kochen unterrichtet und das finde ich auch eine super lässige Sache eigentlich, weil wir dadurch auch daheim super Sachen zu kochen lernen haben. Und wir kriegen auch die Ausbildung als gelernter Koch eigentlich, kann man sagen, zur Verfügung gestellt. Und ja, also mir taugt die Schule echt und die kann sich auch jedem Verhältnis zu gehen. Und besonders auch die Lehrer sind halt auch sehr nett und wir verstehen uns eigentlich sehr gut mit allen Lehrern. Und sie sind wirklich extrem gute Lehrer, würde ich sagen. Und ich denke, dass das wirklich für jeden Schüler eine gute Schule wäre. Ich habe nicht zu vergessen einen super Anheerdirektor, der das alles super managt. Wir sind froh, in die Schule gehen zu dürfen.